Hey! Hey! Christoph hat natürlich schon getrunken, obwohl er nichts holt. Christoph, ist das nicht unverschämter, dass du schon getrunken hast? Nein, ich hab nur... Markus! Markus, unser Spender! Prost! Jawoll! Prost! 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 Und, schmeckt's gut? Trinke ich trotzdem immer noch wieder gerne. Das ist schon geil hier. Prost! Wir machen jetzt was für die Gesundheit. Wir trinken nämlich auch Cola. Ist noch nicht voll hier. Du brauchst gar nicht so... Was ist los? Da war die Cola schlecht. Sven, wo sind wir hier? Bei der Welle. The Wave. Wir sind bei The Wave. Also so ist das hier. Das geht hier so ab. Und zwar ist die Welle. Ja, das stimmt. Die kommt da so her. Und dann geht das hinten rum. Und vorne drüber. Das ist sehr guter, sehr prominenter Fahrerfahrer. Die hat einen schlechten Tag. Und hat sich nicht so gut raus. Wo warst du denn da? Ja. Zeig mal was der da isst. Vegetarier. Bitte lächeln. So, das war's. Die Filme. Wir müssen aufpassen Sven. Das können sie gegen uns verwenden. Ja. 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 Ja.